Und ich zuck nochmal zusammen und denke, das kann ja gar nicht sein. Vor ein paar Tagen noch bin ich eine neue Bestzeit beim Marathon gelaufen. Ich fühle mich topfit. Bergab kann nicht sein. Bestimmt kennt ihr diesen Spruch, man ist so alt oder so jung, wie man sich fühlt. Und genau zu diesem Gefühl und dem Alt- und Jungsein habe ich euch etwas mitgebracht. Oft werde ich nämlich damit konfrontiert, dass die Menschen erzählen, sie möchten möglichst alt werden. Sie sagen aber auch, sie wollen nicht alt sein. Alt werden, aber nicht alt sein. Und das ist ein Dilemma. Und genau zu diesem Dilemma habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ob oder wie man das Dilemma lösen kann. Und einer der vielen Impulse in meinem Leben, der mich genau zu diesem Thema gebracht hat, war ein Geburtstag. Ja, wie kann es anders sein? Ein Geburtstag, ihr wisst, ein Tag, an dem man ja sehr intensiv über das Altsein und Jungsein und Älterwerden nachdenkt und auch sich mit anderen unterhält. Und bei mir war es der 40. Geburtstag vor langer, langer Zeit. Und ich weiß es noch ganz genau. Ich stehe da in der Küche und treffe die letzten Vorbereitungen. Ich habe meine Freunde, Bekannten und Verwandten eingeladen. Und es klingelt an der Tür und sie treffen nach und nach ein. Und ich spüre dann schon so das erste Tätscheln von hinten auf der Schulter. Mit den freundlichen, netten Worten. Alles, alles Gute, lieber Eckhardt, zu deinem Bergfest. Bergfest. Und ich zucke kurz zusammen und denke, was soll das denn jetzt? Ich drehe mich um und blicke in das freche Grinsen von einem sehr guten Freund von mir. Und er sieht das Fragezeichen bei mir im Gesicht und erklärt mir, weißt du denn nicht, dass man hierzulande nur rund 80 Jahre alt wird? Also hast du heute Bergfest. Ab jetzt geht es bergab. Und ich zucke nochmal zusammen und denke, das kann ja gar nicht sein. Vor ein paar Tagen noch bin ich eine neue Bestzeit beim Marathon gelaufen. Ich fühle mich topfit. Bergab kann nicht sein. Ich fühle mich eher jünger als 40. Und genau diesem Gefühl bin ich nachgegangen. Denn ich wusste damals schon ganz genau, dass das biologische Alter, also der Gehbrauch und Verbrauch von unserem Körper, nicht deckungsgleich sein muss mit dem kalendarischen Lebensalter. Und ich wollte es genau wissen, mein Alter. Und so habe ich mich von Kopf bis Fuß einmal gründlich durchchecken lassen. Ja, und es beginnt tatsächlich im Kopf mit Gedächtnistraining. Da will man sehen, wie gut deine grauen Gehirnzellen noch funktionieren. Bist du jemand, der sich Dinge noch gut merken kann? Oder eher jemand, der alles immer aufschreibt und alles notieren muss? Natürlich auch Hörtest, Sehtest, Bluttest, alles war dabei. Und dann, ja, dann wird an deiner Haut gezupft, um zu sehen, wie jung dein Körper noch ist, wie elastisch die Haut ist. Und ein anderer Test auch echt cool, den könnt ihr zu Hause mal ausprobieren. Ihr legt euch flach auf den Boden und dann steht ihr wieder auf, ohne die Hände oder Arme zu benutzen. Ja, ich weiß, mit sechs oder mit zehn Jahren ist es im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. Wie leicht fällt es dir heute im Hier und Jetzt? Auf jeden Fall habe ich alle Tests brav über mich ergehen lassen und habe dann ganz gespannt auf das Ergebnis gewartet. Und dann kam es endlich. 28,1. Da habe ich mich total gefreut, denn das passte zu meinem Gefühl, jünger zu sein als 40. Gleichzeitig hat es mich an die Vergangenheit erinnert, in der ich eine schulmedizinische Ausbildung gemacht habe und in Krankenhäusern und im Altersheim gearbeitet habe. Und da war ich tagtäglich immer und immer wieder damit konfrontiert. Mit dem Altsein, mit dem Jungsein, mit dem Älterwerden, dem Krankwerden. Ja, und ich habe viele Lebensgeschichten mir angehört und dabei festgestellt, eine Sache war immer gleich. Nämlich die Lebenskurve, die sie mir aufgemalt haben. Sie haben mir erzählt, wie sie aufgewachsen sind, größer wurden und dann so mit 25, 30. Da hatten sie den Höhepunkt ihrer Lebenskurve. Da hatten sie die höchste geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Und tatsächlich, mit 40 haben alle gesagt, ging es tatsächlich schon etwas bergab. Ja, warum? Nicht geistig, sondern körperlich. Ja, sie hatten alle schon ihre ersten Zipperlein. Zahnschmerzen. Sie waren beim Arzt wegen Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen. Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Migräneattacken. Andere waren beim Arzt und hatten zu viel Cholesterin, zu viel Blutzucker, zu viel Gewicht. Wieder andere waren mit Mitte 40 da und hatten Burnout-Syndrom oder Midlife-Crisis. Ja, und mit 60 war die Kurve dann noch mal tiefer als noch mit 25. Und mit 80 war es zu Ende. Ausschlussfeierabend zu Ende. Und da habe ich mir gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will das nicht. Ich will, dass die Lebenskurve da oben bleibt wie mit 25. hohe Leistung bis zum Schluss. Genauso wie ich es bei den Tieren kenne. Denk zum Beispiel mal an die Zugvögel. Jetzt steht der Winter ja vor der Tür und da gibt es Zugvögel, die fliegen bis nach Südafrika. Da können die alten Vögel nicht zu den Jungen sagen, wir bleiben jetzt mal vielleicht in Deutschland. Oder wir fliegen nicht ganz so schnell oder nicht ganz so weit. Nein, nein. Die alten Vögel fliegen genauso schnell und genauso weit wie die jungen Vögel. Hohe Leistung bis zum Schluss. Und ja, das gibt es auch bei Menschen. Ich habe solche Menschen kennengelernt, die das Geheimnis des Jungenbrunnens zu nutzen wissen. Vielleicht habt ihr auch solche Menschen in eurem Umfeld oder gesehen. Einige waren sogar im Fernsehen. Ihr kennt vielleicht von früher die Sendung Wetten, dass? In den 90ern sehr populär. Da waren 65, 75-Jährige angetreten zu einer Wette und haben gezeigt, ja, vor alle Augen bewiesen, dass sie geistig und körperlich mit einem 25-Jährigen mithalten konnten. Hohe Leistung bis zum Schluss. Und da habe ich gesagt, das ist es. Genau das will ich. So möchte ich das auch für mich. Hohe Leistung bis zum Schluss. Und das ist es ja schon. Das ist die Lösung des Dilemmas. Und so habe ich ein Konzept entwickelt. Ja, eine Methode entworfen. Ich nenne sie die 3L-Methode. Leicht, lebendig, lustvoll, lange jung zu bleiben. Und genau davon gebe ich euch jetzt eine kleine Kostprobe. Leicht, lebendig, lustvoll übersetze ich für euch in Denken, Bewegen, Ernähren. Tja, mehr braucht es nicht als diese 3 Elemente, um das Geheimnis des Jungbrunnens vollends zu nutzen. Und beim ersten Element, dem Denken, geht es darum, schneller zu werden im Kopf. Denn wer schneller ist im Kopf, bleibt länger jung. Nochmal. Wer schneller ist im Kopf, bleibt länger gesund und fit. Das konnte die Altersforschung ganz klar belegen. Und wenn wir das jetzt wissen, dann wollen wir natürlich auch wissen, ja, was muss ich denn machen, um schneller zu werden im Kopf, heller zu werden hier oben auf der Platte. Ganz einfach. Wir machen das, was wir in der Jugend gemacht haben. Als wir Kinder waren in der Schule, im Kindergarten, was haben wir denn da gemacht? Wir haben gespielt, wir haben getanzt, wir sind umeinander gelaufen. Wir haben gelernt und gespielt und gelernt und gespielt. Und wir haben jeden Tag neue Impulse bekommen. Neue Impulse. Und das ist es doch schon. Neue Impulse bekommen. Die Altersforschung sagt, lernt nochmal eine Fremdsprache. Am besten zwei. Oder ein Musikinstrument. Besonders geeignet sind hier Klavier und Schlagzeug. Da werden nämlich beide Gehirnhälften synchron stimuliert. Da wird ein neues neuronales Netz aufgebaut. Das bedeutet, ihr kriegt neue, frische Gehirnzellen. Wie cool ist das denn? Und wenn ihr jetzt mal einem 70-Jährigen zuschaut, wie der ganz neu lernt, Schlagzeug zu spielen, da könnt ihr völlig zusehen, wie der jünger wird. Hervorragend geeignet, um schneller zu werden im Kopf, ist auch Speed Reading. Eine Schnelllesetechnik, um schneller zu werden im Kopf. Super. Natürlich auch Gedächtnistraining. Ja, Gehirnjogging genannt. Es ist sehr effektiv. Ich weiß, das kann sehr, sehr anstrengend sein. Aber es lohnt sich. Und wenn wir das jetzt so machen, unserem Gehirn Beine machen und schneller werden im Kopf, dann kommen wir automatisch zu dem Gedanken, dass es auch Sinn macht, die eigenen Beine zu bewegen. Und beim Bewegen geht es darum, uns an die Jugend zu erinnern. Was haben wir denn gemacht, als wir jung waren, 5, 6 Jahre? Also ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Ich bin den ganzen Tag rumgerannt. Bin gehüpft, gesprungen, hab Fangen gespielt. Und nein, meine Eltern haben nicht zu mir gesagt, denk dran, du bist ein Kind, 10.000 Schritte am Tag tun, das ist gesund. Und nein, nein, ich bin von selber gelaufen. Das war völlig normal. Ja, und dann mit 6 bin ich in die Schule gekommen und müsste plötzlich sitzen und mein Bewegen völlig einschränken. Stillsitzen war angesagt. Und wenn ich von der Schule nach Hause kam und am Essenstisch saß, was musste ich mir da anhören? Kannst du denn nicht mal stillsitzen? Musst du denn immer rumzappeln? Nein, nein, ich will mich jetzt endlich bewegen. Ich habe den ganzen Tag schon still gesessen. Und sich bewegen, bewegen wollen, ist völlig natürlich. Sich nicht zu bewegen und ständig zu sitzen, ist unnatürlich. Die Medizin hat einen Ausdruck dafür. Sie nennt das unphysiologisch. Mehr noch, wer sich schneller durchs Leben bewegt, bleibt länger jung. Tatsächlich, wer sich schneller, dynamischer durchs Leben bewegt, bleibt länger gesund und fit. Das haben Studien ganz klar gezeigt. In Neuseeland eine Studie, die hat gezeigt, nur schneller gehen bringt schon 5 Jahre mehr Lebensqualität. Eine andere groß angelegte Studie mit fast 500.000 Menschen aus Großbritannien hat gezeigt, schneller, dynamischer durchs Leben bewegen, also auch mit Sport, bringt 15 bis 20 Jahre mehr Lebensqualität. Wie schön ist das denn? Nun, ein Grund dafür sind zum Beispiel unsere Chromosomen. Ihr wisst schon, diese X- und Y-Chromosomen, ihr erinnert euch vielleicht, die wir in unserem Körper haben, die sich ja immer vermehren beziehungsweise teilen bei jedem Prozess. Und die haben, wenn ihr euch vorstellt, ich wäre jetzt so ein X-Chromosom, ja, das sieht genau so aus. Und diese X-Chromosomen haben an den Händen Handschuhe und an den Füßen haben sie so Socken. Ja, ja, ich weiß, in der Medizin sagt man nicht Handschuhe und Socken dazu, sondern Schutzkappen, genauer gesagt Telomere. Und diese Telomere, die verbrauchen sich im Laufe des Lebens immer, wenn sich diese Chromosomen teilen. Und die werden abgenutzt. Das heißt, sie werden immer, immer kürzer. Und wenn nichts mehr da ist, dann sterben wir. Und die Altersforschung hat natürlich sich jetzt genau damit beschäftigt, was kann man tun, um diese Telomere beim Verkürzen aufzuhalten oder sie vielleicht sogar zu verlängern. Und da war es genau das. Das Bewegen, so wie wir es als Kinder gemacht haben, das Laufen ganz besonders, hat dafür gesorgt, dass sich diese Telomere wieder verlängern. Und für diese sensationelle Entdeckung gab es vor einigen Jahren den Medizin-Nobelpreis. Voll cool. Und beim Bewegen denken wir ja oft daran, dass wir auch mal bequem sind und gerne sitzen. Denkt zum Beispiel an die Menschen, die stundenlang im Flieger sitzen, zum nächsten Urlaubsort reisen. Und das Erste, was die machen, wenn die am anderen Flughafen ankommen, ist, sich von der Rolltreppe nach oben bewegen lassen, anstatt die eigenen Beine zu benutzen. Genauso stundenlang im Zug sitzen, am Bahnhof angekommen, stehen diese Menschen an der Rolltreppe sogar an, um sich bewegen zu lassen nach oben. Witzigerweise sind es oft genau die gleichen Menschen, die ihr im Hotel seht, die gerade beim Frühstück waren und zu ihrem Zimmer zurück wollen und ganz selbstverständlich den Knopf vom Fahrstuhl drücken, um sich in den dritten Stock bewegen zu lassen, anstatt sich selber mit den eigenen Beinen nach oben zu bewegen. Obwohl sie genau wissen, jeder Schritt macht fit. Ja, und so ist das mit der Bewegung. Und wenn wir das nun machen, uns selber bewegen, anstatt uns immer bewegen zu lassen, dann kommen wir ganz automatisch, ja ganz von selbst zum nächsten Element, nämlich dem Ernähren. Und beim Ernähren geht es nicht darum, schneller zu essen als die anderen. Nein, hier geht es darum, ganz schnell seine somatische Intelligenz zu wecken. Somatische Intelligenz, ihr wisst schon, das ist diese innere Stimme. Die innere Stimme, die uns sagt, worauf wir Appetit haben. Also zum Beispiel den Apfel oder vielleicht auch den Hamburger. Appetit auf den Schokoriegel oder vielleicht doch den Salat. Genau diese innere Stimme, die uns sagt, worauf wir Lust haben. Und all diejenigen von euch, die schon mal richtig Hunger hatten oder eine Diät gemacht haben oder gefastet haben, die wissen ganz genau, wie stark und mächtig diese innere Stimme ist, die uns sagt, worauf wir Appetit haben. Und genau die verändert sich. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel bewegt, ihr lauft jeden Morgen durch den Wald eine Stunde oder fahrt mit dem Fahrrad oder macht Powerwalking. Danach habt ihr gar keinen Appetit mehr auf ein paniertes Schnitzel oder eine Cola. Ihr kriegt automatisiert Appetit auf die gesünderen Sachen. Plötzlich habt ihr Heißhunger auf einen Obstsalat oder einen Eiweißshake, auf Nüsse und Beeren. Ja, wie cool ist das denn? Und an der Stelle werde ich oft gefragt, ja, woran kann man denn noch merken, dass sich was verändert oder dass ich jünger werde? Nun, ein Beispiel, das mir oft genannt wird, ist, dass die Menschen sagen, sie lachen wieder mehr. Ihr wisst, Kinder lachen viel mehr als die Erwachsenen, sind auch viel lustiger und alberner als die Erwachsenen. Oder andere sagen, sie haben wieder Lust zu spielen, wie in der Kindheit, wie in der Jugend. Ja, spielt mit Erwachsenen oder spielt gerne doch mit Kindern. Ich hatte mal ein Erlebnis mit der inneren Stimme, als ich einen Spaziergang gemacht habe, mit einem Freund durch den Park. Und da hatte ich so das innere Verlangen plötzlich, ja, ich will gar nicht mehr auf dem Weg da gehen, sondern ich möchte auf dem Mäuerchen da laufen, das ich gesehen und entdeckt habe. Darauf balancieren. Ja, folgt dieser inneren Stimme und seid wieder jung. Und ganz ehrlich, die gute Nachricht habe ich für euch zum Schluss aufgehoben. Und die sage ich euch jetzt. Es ist nie zu spät, damit noch anzufangen. Ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall allen ein langes, gesundes Leben. Dankeschön.